Hey Friends, vor einem halben Jahr ungefähr habe ich den größten und auch coolsten Auftrag bekommen bisher. Und mit so einem Auftrag hätte ich wirklich niemals gerechnet vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall geht es um eine Villa, die auf Ibiza gebaut wird und die ich mit meinen Bildern einrichten soll. Ich finde die Vorstellung ist so cool, dass es bald ein Haus geben wird in einem anderen Land, wo jeden Tag meine Bilder sichtbar sind. Als Vorgabe sollte ich mich an die Wunschmotive des Kunden halten und auch an das Image anpassen. Inhaltlich richtet sich der Stil des Hauses nach den Hippie-Vibes, aber das Ganze wird modern und luxuriös umgesetzt. Ich finde die Idee ist aber so cool und ich habe wirklich versucht etwas ganz Neues zu machen. Eigentlich benutze ich ja nie so grelle Farben und auch wenig Acryl, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich konnte mich wirklich gut mit dem Psychedelic Trippy Look anfreunden. Ich habe dann einfach alles mit in das Bild integriert, was mir eingefallen ist, was thematisch passen könnte. Natürlich habe ich am Ende noch meinen Stil mit den Tropfen integriert und ich finde das Endergebnis ist super spannend. Kommentiert unbedingt eure Meinung unter meinen letzten Insta-Post. Danke.